Jo Leute, was geht? Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Bleak Faith Forsaken. Ja, ich habe mich entschlossen, daraus ein Let's Play zu machen. Ich weiß noch nicht, ob ich regelmäßig folgen, also jeden zweiten Tag hochladen kann. Aber so oft es geht auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie die Steuerung nochmal war. Ist ein paar Tage her, aber ich habe voll Bock drauf, Leute. Und was Consumers... Checkpoints or... You have Mac... Okay. Ähm... Ja, gut. So. Ich muss noch mal ganz kurz hier die Steuerung ein bisschen verinnerlichen. Mist. Okay. So. Okay. Leute, ich glaube, ich habe es wieder. So halbwegs. Ja, das Parian ist manchmal noch ein bisschen ungenau. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, wo wir lang müssen, damit wir hier schnellstmöglich zum Boss kommen. Oder Miniboss, was auch immer das war. So. Denn... Ich gebe keine Ruhe. Ich will den legen. Und, äh, ja, ich glaube, hier gibt es in den... Wow, wow, wow. Da war ja noch einer. Stimmt. Ich glaube, hier gibt es in den, ähm, ganzen Gebiet auch noch einiges zu entdecken. Oh, shit. Wo kam der jetzt her? Mist. Ja, doch. Sehr gut. Okay. Ist noch ein bisschen... Eingerostet gerade. Ihr kennt das, ja. So. Aber wir nehmen hier alles mit. Denn... Ja, äh, ich erwähne eigentlich ungern andere YouTuber. Aber einen muss ich erwähnen. Der macht hauptsächlich Soulslike-Content. Äh, Jack FromSoft. Äh, von dem habe ich mir mal einen Stream angeguckt. Und der hat ein mega cooles Schild und mega coole Rüstung. Beziehungsweise die passende, glaube ich, zu unserem jetzigen Helm war das. Und die würde ich ganz gerne finden. Also, äh, wenn du das hier zufällig sehen solltest, Grüße gehen raus. So, und da sind wir auch schon. Wow. Wow, shit. Da war ja dieser Typ. Oh, an den habe ich gar nicht mehr gedacht. So, komm. Super. Und weg mit dir. Gut. So, jetzt haben wir auch den... Wow, wir sind fast tot. Jetzt haben wir auch den schnellstmöglichen Weg gefunden für hier den Boss. Und er ist gar nicht weit. So, ging relativ flott. So, komm mal her. Ich hoffe, wir kriegen jetzt hier noch eine... Eine ordentliche Portion, äh, Heilung. So, du verpiss dich mal. Mit dir will ich mich anlegen. So, super. Jetzt sind es natürlich auch zwei. So, wir switchen mal die Waffe. Oh, kacke. Das zum Thema. Shit. Leute, ich bin echt raus gerade. Verdammt. Shit. Ja, gut. Aller Anfang ist schwer. Ja, wenn man so ein Spiel ein paar Tage nicht gespielt hat und kann mit der, äh, gewöhnungsbedürftigen Steuerung. Also, ich, äh, sag jetzt nichts Negatives gegen die Steuerung an sich. Die hat sich ordentlich gebessert. Aber sie ist trotzdem immer noch ein bisschen anders da, als man es so kennt. So, jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht sehen wir ja von hier noch das ein oder andere Item. Und, ja, wir müssen auch noch klettern an manchen Stellen. So, da hinten ist zum Beispiel noch ein Item. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. So, ich habe jetzt mal die schwere Waffe ausgepackt. Dann one-hitten wir wenigstens. Oh, Mist. Wenn wir es hinbekommen. So, ich nehme gleich einen Drang. Dann looten wir vielleicht hier bei den nächsten Gegnern welchen. Oder etwas. So, let's go. So, sehr gut. Dann brauchen wir noch nicht mal hier springen. Okay, im Prinzip bräuchten wir auch noch nicht mal die anderen Gegner da machen. Mist. Wenn zwei hintereinander sind, ist das ein bisschen blöd für uns. Super. Das war's. Okay, wieder Heilung. Okay, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie sich die Flaschen wieder auffüllen. Aber wir werden es bestimmt noch. Hoffe ich zumindest. Wow, da war noch einer. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Perfekt. Okay. Wenn man erstmal wieder drin ist, dann geht's. So, Leute, weiter geht's. So, hier die. Wo, da. Genau. Shit. Das zum Thema, wenn man wieder drin ist. So, super. Okay. Du kannst dich ruhig in die Luft sprengen. Ist mir scheißegal. Mach, was du willst. Aber nicht bei mir. Oh, verdammt. Jetzt hat er mich doch getroffen. Dumme Sau. Shit. Weg. Okay. Das wäre jetzt zu viel gewollt. So, jetzt muss ich hier, glaube ich, die schnellere Waffe auspacken. So, okay. Dann machen wir es halt mal ohne parrieren. Geht auch. Gut. Aber mit geht natürlich besser. So, hier einmal schnell Heilung. Super. Okay. Regeneriert die sich mit Zeit oder wie? Funktioniert das? Ich kapiere es halt immer noch nicht. Sollte hier nicht noch einer stehen? Nö. Okay. Gut. Dann hätten wir das hier. Haben halt nur eine verdammte Flasche jetzt. Was nicht viel ist. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken, bevor wir den Boss hier bekämpfen. Hier gibt es bestimmte Stellen, wo wir klettern können, oder? Weil eigentlich hieß es auf B. So, mal schauen. Hier ist kein Item versteckt. Da hinten läuft die komische Kackpratze. So, und von da kamen wir, glaube ich, ursprünglich. Ja. Das ist unser eigentlicher Weg. So, da hinten liegt halt noch ein Item hier rechts. Das würde ich mir gerne mitnehmen gleich. Aber wir schauen uns erstmal kurz weiter um. So. Ja gut, ich habe gerade versucht, das mit dem Klettern irgendwie hinzubekommen. So, Leute. Ich switch auf die schnelle Waffe. In der Hoffnung. Ja gut, an das Item werden wir jetzt nicht drankommen. Ich versuche es jetzt einfach mal mit öfters blocken. Und vor allem mit... Oh, jetzt haben wir direkt kassiert. Und vor allem mit näher an dem Gegner dranbleiben. Shit. Okay, da haben wir jetzt kassiert. So, also ich glaube, näher am Gegner dranbleiben ist... Shit. Oh, doch. So, was hast du? Oh, shit. Gegen den Angriff habe ich halt keine. Jetzt aber. Okay, ich will doch lieber das Schwere. Da machen wir deutlich mehr Schaden. Oh, kacke. Also, wir können auf jeden Fall nichts davon wegblocken. Das ist Fakt. Shit, weg. Oh, Mist. Da hat er mich hier böse getroffen. So, komm mal raus aus der Ecke, verdammt. Was willst du da hinten? Okay, das war jetzt Glück. Shit. Ich raff's halt einfach nicht, wie wir... Jetzt hier... Mist. Wie wir da irgendwie... Zurechtkommen bei dem. Shit. Okay, unsere Heilung ist halt auch aufgebraucht. Wo bist du denn jetzt hin? Wow. Shit. Da hat er mich aus dem Leben kennapunktiert. Aus dem Spiel hat er mich... Da oben aus dem Bildschirm hab ich mich fliegen sehen. Scheiße. Leute. Okay. Ähm. Was wollen wir denn hier? Ich will eigentlich hier lower. Shit. Ja, aber das Problem ist halt bei dem auch, ähm... Man kann schlecht... Also, ausweichen funktioniert nicht. Blocken funktioniert nicht. Parieren, glaube ich, brauchen wir gar nicht erst versuchen bei dem. So, ich versuche jetzt einfach mal hier, weil es geht, durch zu rushen. Gut, äh... Weit kommen wir damit wahrscheinlich nicht. Aber ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, zumindest. So, kommst du? Ja. Komm, ein Stück weiter. Sehr gut. Okay, perfekt. Den ersten haben wir. Der andere ist... Wo? Jetzt in Bewegung bleiben, Leute. Hier sind drei auf jeden Fall. Da oben war da auch noch einer. Ich weiß nicht, ob der das jetzt ist. Wow. Shit. Okay. Da hingerafft. So, gleich heilen. Gleich hier Loot. Ich hoffe, wir kriegen später auch die Möglichkeit, dass wir hier ein bisschen mehr Flaschen mit uns nehmen, weil die zwei sind halt echt mies. Okay, das war Glück. So, ja, hier macht er einen komischen Move. So, ich achte jetzt immer mal drauf, wegen den Flaschen, ob wir da welche kriegen. So, komm her. Möglichst alleine. Oh. Da ist der noch. So, okay. Waffenwechsel. Oh, das war knapp. Shit. Wow. Da hat er mich. So, nice. Noch einmal. Perfekt. Okay, komm her, Bro. So, den kriegen wir auch mit dem Parian. Shit. Doch. Das war knapp. Wenn man beim Parieren nervös wird. So, sehr gut. Den haben wir aus dem Leben gehauen. Vom feinsten. Okay, dann hier Item, Item, Essence, Metal, Scrap. Ich weiß halt nicht, was das uns alles bringt. So, super. Das haben wir. Und weiter geht's zum Boss, würde ich sagen. Ist halt immer ein längerer Weg. Ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt, von den Gegnern wegzulaufen. Ob die uns folgen oder so. Gut, was ist jetzt mit meiner Flasche? Ich will noch eine Flasche haben, Leute. So, ich guck mal ganz kurz. Wir haben noch hier... Ähm... Ne, halt, warte mal. Backpack, genau. Da wollte ich hin. Belt one. Wir haben 28 verdammte Flaschen. Warum können wir keine einzige gerade benutzen? Also, warum lädt sich das so beschissen langsam auf? So, jetzt haben wir zwei. Das ist, glaub ich, echt so ein Zeitding. Ähm... Leute, wo ist der Gegner hin? Hier sollte noch ein Gegner sein. Jetzt sag nett, der ist despawned oder das ist ein Fehler. Okay, kann ich hier vielleicht klettern? Wow, was ist das? Inventory Update, Homunculus... Okay, was? Oh nein, hab ich jetzt hier dieses... Äh... Eine Item verwendet? Ich hoff's ja mal nicht. Welches... Wo war's denn? Was ist das da eigentlich? Helene's Diary, Homunculus Marriage, Refills... Refill at Homunculus. Okay. Perk Essence. Shit, ich glaub, wir haben... Das Ding, um hier einen Quick Save zu machen... Haben wir grad hier freigelassen. Also, aktiviert. Sollte, mal gucken, was hier liegt. Okay, Ring of Leather Stamina. Ja, okay, cool, da guck ich mal. Was haben wir denn hier? Amulett, das brauchen wir nicht. Ring of Clutoni Ability, Ring of Clutoni. Ja, supergeil. Warte mal. Was bringt mir denn der... Ring of Clutoni. Steht halt nix dabei. Ability. Okay, hier mit dem haben wir, äh... Was war denn das? Right Hand? Ja, genau. Mit dem haben wir mehr Stamina im Gepäck. Sehr schön. So, ich frag mich halt, was jetzt hier mit dem Boss ist, warum der nicht mehr da ist. Ich hoffe, das ist nicht so ein Ding wie damals in Dark Souls 2, dass wenn man so und so oft bei irgendeinem stirbt, dass man, ähm... Den dann nicht mehr machen kann, beziehungsweise dass die Gegner dann verschwinden. Das fand ich nämlich damals ziemlich, ziemlich kacke. So, aber da wir jetzt hier schon mal sind und jetzt wohl kein Boss mehr haben, was eigentlich richtig scheiße ist, was sehr scheiße ist, äh... Können wir hier auch ein Stück weiter laufen und ein paar Secrets versuchen zu finden. Und dann auch gleichzeitig looten. Vielleicht gibt's ja hier noch das ein oder andere. Aber wie soll man klettern? Angeblich auf B. Okay, da wo man auch dasht. Wir können uns das mal angucken, Leute. Hier, Settings, Gamepad. Wir gehen mal runter. Wo ist es denn? Hier, Sprint, Dodge und Climb. Also... Was anderes gibt's ja hier nicht. Crouch, Drop from Climb. Okay. Lock Target. Ne, hier ist nix dabei. Aber irgendwie müssen wir doch hier... Oh, das war knapp. Irgendwo oder irgendwie müssen wir doch klettern. Ich wüsste halt nicht, wo, wie, wann. Warum? Vielleicht gibt's da spezielle Punkte im Spiel. Wo man nur klettern kann. So, ich muss mal vorsichtig sein. Hier war doch, glaube ich, irgendwo noch ein Gegner, oder? Da, ich wusste... Shit. Habe ich aus Schreck jetzt hier zu früh pariert. Crimson... Crimson Enjinacea. Okay, ich versuche es zumindest diesmal zu richtig auszusprechen. Wow. So, Loot. Okay, scheinbar auch nix Gutes. Da hinten waren ja die komischen Ritter-Dudes. Hier war... Wohin ging's denn da nochmal? Achso, hier war der Aufzug. Ah, da können wir auch nochmal gucken. Ich wollte nämlich hier schon mal, äh, längst nach irgendwelchen Secrets mal schauen. Und zwar gibt's ja so Dark Souls-typisch auch immer mal, äh, versteckte Wege unterhalb von so einem Fahrstuhl. Das testen wir jetzt gerade mal, wenn wir schon hier sind. Danach würde ich sagen, gehen wir da hoch, machen die Ritter. Vielleicht gibt's da noch irgendwas Interessantes für uns. So, aber jetzt erstmal hier runter. So, ich bin gespannt, was da auf uns lauert. Wahrscheinlich ist da nix. Aber... Wir können's wenigstens versuchen. So. Kann ich den hochschicken? Ja. Oh, hier ist... Oh, no! Okay. Wir sind einen Meter runtergesprungen und nennst ihn tot. Krass. Das ist jetzt mies. Oh, und ich wusste's, Leute. Ah, da ist es. Da ist er. Wir haben doch nicht gemisst. Es war halt nur irgendwie scheinbar ein Fehler im Spiel, dass der nicht anwesend war. So, komm hier. Den ersten gibt's umsonst. Er will treffen. Shit. Was ist los mit dir? Jetzt haben wir ihn. Mist. Okay. Krass. Da haben wir Glück gehabt. Zwei Hits for free. Okay. Okay. Noch einer. Sehr gut. Mist. Okay. Wow. Yes. Wow, shit. Der war mies. So, aber wir haben gut getroffen. Aber ich will da hinten eigentlich nicht... In den Abgrund rein. Shit. Okay. Da wollte ich etwas zu viel. So, komm her. Das Problem ist, wenn er mich da hinten... Wow. Ach so. Wir leben noch. Wo bin ich jetzt reingefallen? Oh. Ist hier ein Secret? Nee, aber hier regnen Steine. Kommen wir hier wieder hoch? Ähm. Wie... Wie komme ich hier wieder weg? Scheiße. Okay, Leute. Wir hängen hier, glaube ich... Und kommen nicht mehr... Raus. Ähm. Nee, wir kommen hier nicht mehr weg. So, aber hier... Ah, hier geht es nochmal runter. Ist hier vielleicht irgendwas? Wenn wir jetzt schon dabei sind hier... Nee, dafür... Kommt nur noch mehr Steine auf uns zu. Oh. Vielleicht sind wir hier was auf der Spur? Oh, cool. So, jetzt müssten wir halt nur irgendwie... Shit. Okay, Leute. Äh, ich glaube, Freitod ist hier jetzt... Unumgänglich. Oder? Wir gucken mal weiter. Okay. Da war der Tod. So. So, echt schade. Aber... Ja gut, das war jetzt Dummheit, dass ich da den Abgrund hingelaufen bin. Müssten halt versuchen, irgendwie... Den von da weg zu kriegen. Der chillt halt einfach hier. Mist. Okay, das hätte jetzt zu gut werden können. Shit. So, jetzt. Jetzt. Yes. Oh. Das war knapp. Okay, wenn wir stehen bleiben und ruhig bleiben, macht der Angriff uns, glaube ich, nix. Ich glaube, wenn wir jetzt hektisch werden und da rein... Weg. Reden. Wow. Jetzt aber. Mist. Shit. Okay. Egal. Risiko. Okay, das war jetzt blöd hier mit dieser... komischen Taste. Okay. Oh. Mist. Shit. Shit. Ich seh nix. Wo sind wir? Da. Mist. Jetzt... Jetzt bombt er mich hier gerade komplett weg. Shit. Ich weiß halt immer noch nicht, wie wir der Attacke ausweichen sollen. Oh. Oh. Okay, jetzt habe ich dich. Mist. Shit. Was willst du da oben? Kacke. Ja, da... Das... Da konnte ich gerade nix machen. Da auch nicht. Ich habe nix mehr gesehen, Leute. Das ist shit. Es tut mir leid. Nächster Versuch. Ich lasse dich locker. Ich will den jetzt schaffen, verdammt. So. Nächster... Versuch. Warte mal. Ich will einmal eine Sache versuchen. Okay. Irgendwie macht er damit keinen schweren Schlag. Mist. Mist. Jawoll. Shit. Da werden wir direkt auf die Fresse gekriegt. Shit. Mist. Okay. Ich will zu viel. Ich will zu viel. Ich werde nervös und hektisch. Oh. Das Rollen hat was gebracht. Shit. Nochmal. Shit. Shit. Oh. Jetzt bin ich voll reingelatscht. Oh Mist. Jetzt komme ich nicht weg. Wo bin ich? Da. Okay. Wie bin ich da hingekommen? Wie komme ich wieder weg? Hier lang. Okay. Shit. Mist. Jawoll. Okay. Ich weiß nicht wofür, aber ich nehme mal die Flasche hier. Mist. Shit. Kacke. Oh nein. Okay. Er hat uns voll hier weggedödelt. Der komische Dödelmeister. Und. Ja Leute. Es ist. Wir spielen jetzt schon wieder zu lange. Aber. Oh. Der kämpft immer noch? Ne. Ich wollte gerade sagen. Wir spielen jetzt eigentlich schon zu lange. Deswegen machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe. Ihr habt Bock drauf. Und. Warte mal. Wir haben keine Heilflasche. Kann das. Ist der immer noch? Doch. Wir haben Heilflasche. Okay Leute. Wir machen in der Folge weiter. Jetzt schnell. Noch einmal. Ein Versuch. Wenn ich halt. Bin ich jetzt in der Textur drin? Ne. Er lässt mich halt einfach nicht weg. Das ist das Ding. Da bist du. Okay. Der war gut. Jetzt fängt er wieder mit dem Scheiß an. Mist. Stattich käme weg. Shit. Okay. Mist. Da war ich zu nah. Okay. Achso. Das hatten wir glaube ich schon. Blocken bringt da nichts. Hör jetzt auf mit dem Scheiß. Yes. Mist. Kacke. Ich weiß halt noch nicht wie man bei dem den kritischen Schlag hinbekommt. Shit. Mist. Okay. Ja Leute. Das war es jetzt für die Folge. In der nächsten Mal weiter. Ich hoffe das sind wir erfolgreicher. Wenn nicht werden wir ab Mitte der Folge oder sowas abbrechen und erstmal was anderes machen. Aber jetzt für den Moment soll es das gewesen sein. Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben dalassen. Wird mir mega viel bringen. Und vor allem wird es mir was bringen wenn ihr mir ein Abo dalasst. Das wäre super cool. Und ja. In diesem Sinne. Dankeschön im Voraus. Bis zum nächsten Mal. Euer Crispy Decks. Und haut rein. Euer Crispy Decks. Wir sehen uns das in den Luft vermachen. So, wie hilft. Wir sehen uns im Voraus.